Das Fayotec G6, eines der wahrscheinlich besten Gimbals. Mehr dazu in diesem Video auf jeden Fall nach dem Intro im Video-Check. Ab geht's! So sieht das Ganze aus, wenn man das bekommt. Also das Fayotec ist auf jeden Fall ein Dreiachsen-Gimbal mit Bluetooth und WLAN. Man kann das Handy damit verbinden, man kann die Kamera damit verbinden, man kann den Fokus nachziehen und so weiter. Das gucken wir uns später gleich nochmal an. Ganz wichtig ist es, für Kameras geeignet bis 800 Gramm. Also solltet ihr einmal eure Kamera auf die Waage raufschmeißen. Ich habe auch meine 1-Kilo-Kamera schon drauf gehabt mit großem Mikrofon oben drauf. Das geht auch noch. Das Problem ist natürlich, bei zu viel Gewicht gehen wir mit der Kamera zu weit nach unten, dann kann es passieren, dass der Motor das nicht mehr schafft und sie einfach nach unten fällt. Bis 800 Gramm braucht ihr da auf jeden Fall keine Angst haben. Der Vorteil beim Fayotec ist auf jeden Fall, dass wir nicht nur eine Kamera reinbauen können, wir können verschiedene Sachen reinbauen. Wir können sogar ein Smartphone mit aufsetzen und das alles ist in diesem Transportkoffer mit dabei. Und da gucken wir jetzt einmal kurz rein. Das hier ist unser Transportkoffer. Eigentlich braucht der Gimbal das Ganze nicht, der ist sehr robust. Den kann man auch mal so in die Equipment-Kiste mit reinschmeißen. Beim Fayotec G6 Plus ist enthalten einmal eine Action-Kamera-Halterung. Das heißt, wir haben hier unser Stativgewinde. Oben können wir die Action-Cam wie gewohnt mit unserer Drehschraube reinsetzen. Außerdem haben wir die Möglichkeit, eine Kamera, eine Schnellwechselplatte anzuschließen. Und wir haben dazu auch zwei Sicherungsschrauben. Das ist auch alles sehr hochwertig verarbeitet. Oben im Reißverschluss haben wir nochmal extra eine Halterung drin. Hier können wir sowohl Action-Cams, je nach Größen natürlich, und vor allen Dingen Smartphones mit auf unser Gimbal setzen. Einziger Nachteil in der Transporttasche ist auf jeden Fall, haben wir das verbaut, bekommen wir das so nicht mehr rein. Das heißt, wir müssen jedes Mal umständlich diese Halterung abbauen. Oben in der Tasche haben wir auch nochmal unser Garantieheft und unsere Anleitung beziehungsweise unseren Quick-Start-Guide mit drin. Eine 26,650er, die auf jeden Fall unser Gerät zwölf Stunden an Laufen hält. Das finde ich auf jeden Fall mega enorm und möchte man unterwegs doch nochmal aufladen. Wir haben an der Seite hier den USB-Anschluss. Das Kabel lag jetzt auch noch mit dabei. Es liegt jetzt irgendwo da hinten, weil ich das Ganze natürlich schon mal aufgeladen habe. Ich persönlich finde Gimbals einfach geil, weil man kann nie so ruhig aus der Hand finden. Klar, man kann das Ganze hier an seinen Kinn ran machen oder versuchen hier den Körper als Stativ zu benutzen. Aber so richtig coole Aufnahmen oder flüssige Aufnahmen, gerade wenn man selber unterwegs ist und sich filmt, sieht das immer mit einem Gimbal viel, viel sauberer aus. Außerdem hat man die Möglichkeit, gerade bei Carporns oder ruhigen Schwenkvideos, so richtig coole Szenen hinzubekommen, die man jetzt mit Stativ oder Slider nicht so gut hinbekommt wie mit einem Gimbal. Die Montage ist auch sehr einfach. Die Kamera wird hier einfach oben drauf gezogen. Wenn man das Ganze einmal grob vorjustiert anschalten, dann kann die Sache auch schon loslaufen. Also wirklich schöne, ruhige Kamerafahrten sind damit möglich. Beim Failure Tech gibt es natürlich auch noch ein paar Neuerungen und was die genau sind und wie man das Ganze einstellt, das zeige ich euch jetzt auf jeden Fall in diesem Video. Also was auf jeden Fall auffällt, ist dieses Drehrad hier an der Seite. Damit können wir nicht nur seitliche Schwenks machen, wir können natürlich auch umstellen durch einmal drücken. Wir können auch den Roll einstellen und wir können natürlich auch die Neigung der Kamera einstellen. Ich mache mal ein bisschen zur Seite, damit man das besser sieht. Und die Geschwindigkeiten von diesem Drehregler kann man selbstverständlich auch noch in der App wieder einstellen. Aber das eigentliche Highlight ist die Kamerasteuerung. Durch längeres Drücken dieses Drehreglers steigen wir um in die Kamera. Im Kameramenü selbst können wir natürlich den Zoom einstellen und den Follow-Focus. Das erlaubt auf jeden Fall selbst ohne Kamerareg richtig geile Szenen. Haben wir das Gimbal selbst mit der Kamera verbunden, können wir selbstverständlich auch die Aufnahme starten oder stoppen. Hier können wir einmal natürlich den Modus ändern. Auf diesem Knopf haben wir verschiedene Funktionen hinterlegt. Drücken wir den Knopf einmal, dann bleibt die Kamera egal, was ist, egal wie wir unser Gimbal unten, unseren Griff drehen, immer in derselben Position. Drücken wir den Knopf zweimal, dann können wir die ganze Kamera auch neigen. Gerade bei Action-Szenen oder wenn wir mal nach unten schwenken möchten, kriegen wir so schöne, leichte Schwenks hin. Die Querachse bleibt trotzdem weiterhin stabilisiert. Drücken wir den Knopf dreimal, dann schwenkt die Kamera zu uns rüber. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir auch einen Knopf, drücken wir den zweimal, dann schwenkt das Ganze wieder zurück. Drücken wir den Knopf viermal, können wir Positionen einstellen. Wir sagen zum Beispiel, du fängst da an und hörst da vorne auf. In der App können wir selbst nochmal die Zeit einstellen. So kann man zum Beispiel über mehrere Stunden einen schönen Schwenk erstellen in Timeslap. Besonders praktisch, dieses Steuerkreuz, das können wir in alle Richtungen bewegen und es reagiert auch empfindlich. Das heißt, drücken wir langsam, bewegt sich der Arm langsam. Drücken wir schnell, bewegt er sich schnell. Das können wir natürlich hoch, runter und links und rechts gleichzeitig machen. An der Seite haben wir auch noch einen Knopf, der belegbar ist für die Kameraeinstellungen. Auf der Rückseite des Gerätes sehen wir nochmal zwei Knöpfe. Zum einen können wir hier über den Schieberegler die Neigung, die Querneigung einstellen. Außerdem haben wir hier unseren Rückhol- bzw. Zentrierknopf. Zweimal drücken und die Kamera fährt nach vorne. Das Justieren der Kamera ist relativ simpel. Durch diese verschiedenen Drehschrauben hier können wir unsere Kamera natürlich ausbalancieren. Hat man das schlecht justiert, merkt man das auf jeden Fall sofort durch Vibrationen bzw. Abschalten des Gimbals. Er schützt natürlich die Motoren vor Überhitzung und deswegen schaltet der Gimbal nach gewisser Zeit bei Fehleinstellungen, bei Falscheinstellungen ab. Und das ist auf jeden Fall super wichtig für einen Gimbal, finde ich. Durch den scharfen Neigungswinkel lassen sich natürlich atemberaubende Bilder aufnehmen. Gerade wenn man neben dem Fahrrad nebenher fährt und dann so tiefe Szenen haben möchte, das ist super. Wir haben hier auch nochmal zwei Stativaufnahmen bzw. hier könnte man optional noch ein Handy anschließen, um die Steuerung über das Handy zu vereinfachen, dass man alles an einem Platz hat. Und unten drunter befindet sich natürlich auch nochmal ein Gewinde fürs Stativ, wenn man das Ganze auf einen Stativ oder auf eine Verlängerung montieren möchte. Ansonsten die Verarbeitung von dem Gerät ist wirklich top. Ich habe euch das Ganze auch unter dem Video in der Infobox verlinkt und ich würde sagen, gucken wir uns jetzt einmal die App vom Fayutec an. Wir können selbstverständlich in der App die Kamera verbinden. Wir haben auch die Möglichkeit, dass sie uns folgt, dass sie unser Gesicht trackt, dass wir quasi gar nichts mehr machen müssen. Außerdem haben wir hier dieselbe Funktion wie an unserem Steuerkreuz an der Kamera selbst. Parameter wie Seustikeinstellungen und so weiter können wir natürlich festlegen, die Geschwindigkeit, wie schnell unser Gerät reagieren soll. Das Ganze können wir dann abspeichern und auf der Kamera übertragen. GoPro, Sony, Panasonic und Canon können wir verbinden, aber selbst ohne kompatible Kamera lohnt sich dieses System definitiv. Wenn es nicht so mal regnen würde, dann könnte man natürlich auch schöne Draußen-Szenen machen. Also wir können uns hier mal bücken, wir können hochgehen. Das Bild ist auf jeden Fall immer schön gerade. Wir drehen uns hier eine Runde und das wird auf jeden Fall alles hier richtig schön stabilisiert. Also auch der Mops ist 100% zufrieden und kann nicht meckern. Kommen wir zum Fazit. Lohnt sich das G6 Plus? Also ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Wir haben zwar einen kleinen Abzug in der B-Note, weil das Handy-Zubehör nicht montiert mit in den Koffer reinpasst, sondern immer extra abgebaut werden muss. Aber dafür haben wir ein System, was für Action-Cams geeignet ist oder ein Handy oder spiegellose Kameras. Hat man eine Kamera, die damit kompatibel ist, kann man den Zoom steuern, kann man den Fokus steuern über diesen Fokus Magic Ring. 12 Stunden Laufzeit ist auf jeden Fall völlig ausreichend. 3 Stunden Ladezeit. Man kann natürlich nochmal einen Ersatzakku dazukaufen, aber ich denke mal mit 12 Stunden kommt man gut über den Tag. Besonders cool auf jeden Fall die Tracking-Shoots. Das heißt, die Kamera verfolgt mich selbst. Also egal wie ich im Bild bin, ich kann das Ding auf dem Stativ draufbauen und die Kamera folgt mir immer, egal wo ich gerade hingucke. Das Eigengewicht liegt bei 663 Gramm und somit kann man das auch locker mit einer Hand führen. Es gibt schwerere Geräte, wo man auf jeden Fall Probleme bekommt mit dem Gewicht. Da würde ich auf jeden Fall zu einem Doppelgriff greifen. Ich hoffe natürlich, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Der Link von dem Gerät ist unter dem Video in der Infobox drin. Das ist wie gesagt, das Fayotec G6+. Ansonsten würde ich mich super darüber freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Video Check. Euer Paul Kramer. thats More grines Kh Bis zumWhoa confine die roam. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020